Hallo Leute und willkommen zu einem nur kleinen Infovideo, nämlich heute wird kein Half-Life 2 kommen. Das wird heute ausfallen, da ich momentan nicht die Zeit habe, ein neues Video zu rendern. Ich habe es sogar, ich habe es bereits aufgenommen, aber noch nicht gerendert. Und ich finde gerade im Moment nicht die Zeit, es zu rendern, aber wie ihr seht, bin ich gerade am Schneiden von einem anderen Video, von einem kleinen Video, das nicht so aufwendig ist. Das ist nämlich von Minds & Jeremy das 1000 Abonnenten Special mit dem Hunger Games Server. Da habe ich einen kleinen Ausschnitt aufgenommen und den werde ich jetzt hochladen. Genau und ja, das Ganze werde ich dann hochladen, sozusagen als Ersatz. Und ich denke auch als ein 15.000 Videoaufrufe bzw. 100 Video Special wird auch irgendwas kommen und ein neues Let's Play wird kommen. Aber lasst euch einfach überraschen und wir sehen uns, sagen, beim nächsten Mal. Tschüss. We are ready to play. 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 We are ready to play.